Wir erweitern heute noch mal kurz unsere Reise in Volkswagen Infotainment Systemen und schauen uns an im VW Up, in dem Fall Up GTI, das Composition Phone. Und zwar das Composition, das eigentlich nur eine Miniaturversion ist und das nur dann wirklich eine Navigationsfunktion hat, wenn ich das mit meinem Phone und meinem Smartphone kople. Composition ist einfach mal hier das Infotainment System, das ist zum Up GTI zum Beispiel Serie. Composition Phone wird es dann, wenn ich eben diese USB-Konnektivität habe und mein Smartphone, egal ob Apple oder Android oder was auch immer. Also die beiden gehen auf jeden Fall da anschließe. Grundsätzlich ist das Composition also mein Radio. Wir haben das kleine Composition hier, auch mit DAB-Dadioempfang, funktioniert wunderbar. Mit Beats-Lautsprechern, das fühle ich noch besser, braucht man aber nicht. Ansonsten, wenn wir hier ins Menü gehen, haben wir hier schon die App-Verbindung und sonst müssen wir kurz zu zeigen, wir haben hier also keinen Touchscreen. Ich muss hier noch wie damals ein bisschen durchs System durchscrollen, hier mit dem rechten Drehrad, zum Beispiel Phone und so weiter oder Einstellungen, Medien kann man hier nochmal kurz reinschauen, Bluetooth-Geräte und so weiter. Hier geht es zurück und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die ganzen Grafiken zum Beispiel, die sind auch wie von großen Composition eigentlich sehr schön. Ich versuche das mal spiegelfrei zu bekommen. Sehr schön animiert und auch wirklich schöne Designs. Kann man also nicht sagen, dass das ein schlechtes Composition wäre. Hier habe ich auch dann Einstellungen, jede Menge und geht alles ganz gut. Phone wäre hier eigentlich das Phone, das ich auch beim Composition nur als Bluetooth koppeln kann. Wir haben hier sogar, was ich gerade erst sehe, die Außentemperaturanzeige, auch ganz erwachsen, wie beim Discover Pro oder beim Discover Media oder eben den großen Infotainment-Systemen. Und jetzt Radio Media, genau, jetzt schauen wir mal, was es mit der Verbindung auf sich hat mit unserem Smartphone. Wir sind hier also im Menü, dann gehe ich jetzt mal auf die App-Anbindung, okay. Und jetzt bin ich eigentlich da, was wirklich Sinn macht beim Composition Phone. Nämlich, ich kann hier bei diesen Menüpunkten auswählen, wie ich denn die App, die ja auf meinem Smartphone läuft, steuern möchte. Da können wir auch nochmal schauen. Das ist jetzt in dem Fall hier ein iPhone. Und wir sind dann einfach in der App, in der App-App, Maps and More. Genau, die sieht dann so aus, bei uns in dem Fall rot, weil es eben ein GTI-Modell ist, ist aber sonst nicht viel anders. Und wir können zum Beispiel in die Fahrdaten schauen, es wird dann auch wirklich alles schön ausgelesen, Restreichweite. Ich finde auch das Design hier wirklich, wirklich gelungen. Langzeit, Abstart, dann können wir hier suchen. Ich suche in dem Fall in Navigationsziel, ich kann ein neues Ziel eingeben. Wie von VW gewohnt, wirklich cool gemacht, weil die Schriften groß sind, das ist leicht zu bedienen. Ich habe dann wirklich eine gute Steuerung, auch jetzt hier 2D, 3D. Das liegt natürlich auch am iPhone, dass es so geschmeidig jetzt funktioniert und lädt. Aber ich würde fast sagen, die App läuft halt hier jetzt zum Beispiel besser als beim normalen Discover Media oder flüssiger auf dem schnellen Smartphone. Gar nicht schlecht, hier wäre jetzt unsere Ankunft am Ziel, Restdauer und so weiter. Dann kann ich die Route simulieren lassen. Ich kann 2D, 3D wechseln, Navigationslautstärke. Also echt eine schöne App, wirklich gut. Und ansonsten eben hier die Fahrdaten, Medien, da könnte ich dann auch Covers anzeigen. Hier noch Daten direkt vom Motor. Das weiß ich nicht, ob das nur beim GTI geht. Ich glaube aber, das geht bei allen Modellen. Was ich hier eben noch sehen möchte, Drehzahl, Motortemperatur und so weiter. Da versteckt sich dann beim GTI zumindest noch ein Lab-Timer hier auf der zweiten Seite. Das heißt, ich kann dann schauen, ob er wirklich in der angegebenen Zeit von 0 auf 100 beschleunigt. Dann kann ich da mehrere Runden machen, Labs, die werden dann gespeichert. Ja, also eigentlich schöne Sache. Trotzdem ist für mich die Frage, ob ich mir das kaufen würde. Denn allein diese Halterung, die ich ja dann schon mitnehmen würde, wenn ich das haben möchte, die kostet ein paar hundert Euro. Und das Composition Phone, also die Option aufs Phone, kostet mehr. Und ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich bei der Navigation die Sprachausgabe über meine Volkswagen-Lautsprecher habe. Das heißt, ich habe eine Audio-Absenkung und ich höre ganz klar die Navigationsansagen. Ich könnte aber eigentlich, wenn ich mir hier den App GTI kaufe, einfach nur das Composition Phone so lassen, wie es E-Serie ist. Oder eben nur das Kaufen für einen geringen Aufpreis. Und dann aber auf diese überteuerte Halterung, muss ich echt sagen, verzichten. Und mein normales iPhone, Android Phone, was auch immer, mit einem günstigen Saugnapf hier anbringen. Und da dann Google Maps Navigation laufen lassen, die eigentlich gar nichts kostet. Also Composition Phone ist eine schöne Sache, ist dann eben halt voll integriert. Aber ich bräuchte das nicht unbedingt. Das Composition an sich im App ist wirklich gut genug für Audio und so weiter. Und auch, wenn ich das mit der Option Bluetooth habe, zum Koppeln. Aber das Phone an sich, ja, schöne Sache. Muss aber nicht unbedingt sein, weil es eben trotzdem zwei getrennte Dinge sind, die zwar integriert sind, aber die aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Aufpreis kosten.